Das ist Sarah. Sarah hat gerade angefangen zu studieren und fragt sich nun, wie sie im Online-Katalog der SLUB Dresden am schnellsten Bücher finden kann. Dinge in Bibliotheken zu finden ist manchmal nicht einfach. Die SLUB Dresden stellt ihren Nutzern über 8 Millionen Medien bereit, die alle mit wenigen Mausklicks gefunden werden sollen. Herkömmliche Suchanwendungen benötigen jedoch exakte Stichworte und verlangen vom Nutzer oft eine Menge Vorwissen. Das neue SLUB Semantics ist anders. SLUB Semantics ist eine themenorientierte Suche, mit der Sarah mit wenigen Klicks relevante Bücher und andere Medien entdecken kann, welche sie mit einer herkömmlichen Suche wahrscheinlich nicht gefunden hätte. Das System nutzt die Verknüpfung des gesamten Wissens der Online-Enzyklopädie Wikipedia und kann es wegen Suchanfragen besser verstehen. Das klingt interessant und deswegen möchte Sarah das neue Suchsystem nun selbst testen. Sie fragt sich, ob es eigentlich Bücher und andere Medien über die SLUB Dresden selbst gibt. Also gibt sie in den Suchschlitz die Suchanfrage SLUB Dresden ein und findet eine große Anzahl von Ergebnissen. Diese Ergebnisse möchte Sarah nun weiter einschränken. Dazu klickt sie in dem angezeigten Facettenbaum auf den Begriff, der ihre Suchanfrage am nächsten kommt – Kultur. Nun klickt sie auf Bibliothekswesen und findet dort eine Facette SLUB Dresden. Die Zahlen hinter den Facetten zeigen an, wie viele Bücher sich dahinter verbergen. An erster Stelle steht nun eine Facette zum Gebäude der SLUB, in der sich ein einziges Buch befindet. Nach einem Klick erscheint der Titel des Buches, das sich als Stadtführer zeitgenössischer Architektur herausstellt. Die zweite Facette beinhaltet Bücher zum Buchmuseum der SLUB. Hier erlebt Sarah eine Überraschung, denn bisher wusste sie noch gar nicht, dass es in der SLUB auch ein Buchmuseum gibt. Nun möchte Sarah auch ihre Freundin Marta die Suche zeigen. Das ist Marta. Marta kommt aus Warschau und studiert in Dresden Psychologie. Manchmal fallen ihr Suchbegriffe in ihrer Muttersprache schneller ein, deswegen tippt sie das polnische Wort für Glück in den Suchschlitz. SLUB Semantics erkennt automatisch, dass es sich um ein polnisches Wort handelt. Wenn die Spracherkennung einmal nicht korrekt ist, hat man die Möglichkeit, die Sprache selbst einzustellen. Zum Thema Glück gibt es im SLUB Katalog deutsche und englische Bücher, die nun angezeigt werden. SLUB Semantics ist also mehrsprachig. Im Augenblick sind die Sprachen Deutsch, Englisch und Polnisch verfügbar. Weitere Sprachen werden folgen. Ein weiteres Feature ist die grafische Suche. Gibt man beispielsweise den Namen des amerikanischen Regisseurs Quentin Tarantino ein, kann man durch einen Klick auf die Facette Alltagskultur und Film sehr schnell die Suchergebnisse nach seinen Filmen filtern. SLUB Semantics ist eine intelligente Suchtechnologie, die das riesige Wissensnetz von Wikipedia nutzt, um den Inhalt von Suchanfragen zu verstehen. Die Facettenbäume entsprechen dem Kategorien-System der Wikipedia. Das neue Suchsystem eignet sich besonders gut zum Stöbern und Entdecken, wenn man eher nach einem Thema als nach einem konkreten Buchtitel sucht. Das System ist außerdem mehrsprachig und erspart oft mehrfache Suche mit thematisch naheliegenden Begriffen, da diese häufig von dem System selbst erkannt werden. Eine weitere Stärke der Suche ist, dass man immer wieder überraschende und relevante Entdeckungen macht. SLUB Semantics soll zukünftig erweitert und zu einem einzigartigen Findewerkzeug weiterentwickelt werden. Sarah, Martha und die SLUB wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Stöbern und Entdecken und freuen sich auf Ihr Feedback und Ihre Verbesserungsvorschläge. Vielen Dank.